Modul 2 Projekte planen. Wenn die Projektidee klar ist, dann geht es in die Planung. Dazu gehören oft eine ganze Menge Elemente. Wer macht was? Bis wann und mit wem? Wie viel Geld brauchen wir und wofür? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und was tun wir, wenn etwas schief geht? Der erste Schritt dazu ist erst einmal ein Brainstorm. Welche Aufgaben und Arbeitsschritte gehören alle zum Projekt dazu? Lasst euch dabei von den Elementen auf eurem Projektrahmen inspirieren. Insgesamt ist es gut, wenn ihr so 30 bis 40 Aufgaben oder Arbeitsschritte sammelt. Mehr sind oft verwirrend und wenn ihr weniger habt, fehlen euch womöglich wichtige Details. Die Reihenfolge ist jetzt noch egal und ihr könnt im nächsten Schritt noch immer ergänzen, wenn euch noch was einfällt. Unser Wanderbaumprojekt hat auch eine Liste gemacht. Mit Pflanzaktionen, Umzügen, Erntefest und dem ganzen Drumherum. Und dann sind sie angefangen zu sortieren. Mit welchen Schritten können wir jetzt schon anfangen? Was kommt dann? Fehlt noch was? Eure Aufgabe jetzt ist es, einen solchen Projektüberblick zu gestalten. Macht dazu eine Liste von allen Aufgaben und Arbeitsschritten, die zu eurem Projekt dazugehören. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr auf Papier oder am Bildschirm weitermacht. Malt euch links einen Startpunkt und rechts einen Endpunkt hin. Und dann bringt die Aufgaben in die richtige Reihenfolge und verbindet sie mit Strichen. Ihr könnt dabei vorwärts denken. Mit welchen Schritten macht es Sinn, weiterzumachen? Was kommt dann? Rückwärts könnt ihr auch arbeiten. Was muss geschehen, bevor wir diese Aufgabe erledigen können? Was war davor? Ihr könnt auch Meilensteine anbauen. Kommen wir dahin? Was ist danach möglich? Wenn nötig, könnt ihr auch weitere Zwischenschritte und Aufgaben dazugefügen, bis am Ende alle Aufgaben mit dem Startpunkt und dem Endpunkt verbunden sind. Und wenn es Aufgaben gibt, die nicht verbunden sind, dann überlegt nochmal, gehören sie überhaupt zum Projekt dazu? Und klar, völlig okay, wenn der Anfang detaillierter geplant ist, als das Ende. So sah das zum Beispiel bei unserem Wanderbaumprojekt aus. Die haben auch schon angefangen und Aufgaben, die zusammengehören, ähnliche Farben gegeben. Ein solcher Projektüberblick lässt sich super als Grundlage für die weitere Umsetzung nutzen. Macht ihn dazu immer gut sichtbar für alle und passt ihn im Laufe des Projektes mit Fortschritten und neuen Aufgaben an. Und wenn das Projekt es braucht, könnt ihr nun wie folgt weiter planen. Wenn es Aufgaben gibt, die klar aufeinander aufbauen und logisch zusammengehören, lohnt es sich, Arbeitsbereiche oder Verantwortlichkeiten zu definieren. Und wenn es Aufgaben gibt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein müssen, dann könnt ihr einen Ablaufplan erstellen. Und wenn ihr mit Zeit und Geld aushalten müsst, dann könnt ihr nun in eine Aufwandsabschätzung gehen. Oder ihr sagt, das brauchen wir alles nicht und geht ein wenig agiler ran. Jede sucht sich die Aufgaben für die nächste Zeit und ihr schaut beim nächsten Treffen, wie weit ihr gekommen seid. Lasst uns diese weiteren Planungswerkzeuge noch einmal genauer anschauen. Arbeitsbereiche machen dann Sinn, wenn es Aufgaben gibt, die klar aufeinander aufbauen und logisch zusammengehören. Dazu findet ihr für jeden Arbeitsbereich ein Team, das sich verantwortlich kümmert. Im besten Fall habt ihr dabei immer eine klare Ansprechpartnerin, die immer weiß, wie gerade der Stand ist. Mindestens zwei Personen pro Team, damit, wenn mal wer ausfällt, ihr das auch gut abpuffern könnt. Und eine Mischung von Leuten, die erfahren sind und Leute, die etwas Neues lernen wollen. Und natürlich Lust darauf, den Arbeitsbereich zu rocken und genug Kapazität. Was ihr dazu machen könnt, ist so eine Tabelle mit dem Titel des Arbeitsbereichs, den Aufgaben grob und dann natürlich Kontaktdaten und Namen. Wer kümmert sich dazu? Ein Ablaufplan macht Sinn, wenn ihr abschätzen wollt, wann ihr wofür wie viel Energie braucht und ob es irgendwo Engpässe gibt. Manche Menschen kennen das auch als ein Gantt-Chart. Im Endeffekt nehmt ihr dafür wieder dieselbe Liste von Aufgaben, die ihr schon erstellt habt. Diesmal alle schön untereinander. Und dann markiert ihr auf einem Kalender, was wann passieren muss. Ihr könnt auch hinzufügen, wer wofür zuständig ist oder wie viel Geld wofür zur Verfügung steht. Dann wird es dann auch gleich ein Budget. In der Liste könnt ihr relativ gut sehen, wann es im Projekt stressig wird. Manchmal hilft es dafür auch, so ein bisschen abzuschätzen, welche Aufgaben besonders viel Aufwand sind und welche ganz einfach. Und ich finde, das geht Pi mal Daumen eigentlich am besten. Und T-Shirt-Größen sind dafür großartig. Welche Aufgaben sind ein S? Welche sind ein L? Und welche sind sogar echt groß und brauchen ein XL? Überlegt nochmal, welche zusätzlichen Planungswerkzeuge oder Überblicke können euch bei eurem Projekt helfen? Und noch ein letzter Gedanke zur Projektplanung. Ich finde, gute Pläne helfen ungemein, um Projekte gut umzusetzen. Aber natürlich sind Pläne nicht alles. Es werden sich während des Projektes immer wieder Dinge ändern. Vielleicht kommen neue Leute ins Team oder die Rahmenbedingungen ändern sich. Haltet euch also nicht zu starr am Planfest und baut Puffer ein. Und gerade dann, wenn ihr mit Aktivistis und Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, achtet immer auf eine gute Projektatmosphäre. Denn es ist besser, den Plan zu ändern, als Leute vor lauter Frust und Überarbeitung zu verlieren. Projekte sollen schließlich Spaß machen.